Willst du Hallo sagen oder einfach einsteigen? Sie steht immer hinter ihrer Kamera und macht immer ihre Achselzucken und weiß immer überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Sie wälzt die ganze Scheiße schön auf uns ab und jetzt fangen wir mal an. Ja, was machen wir jetzt? Eigentlich haben wir auch gar keine Lust, irgendwas zu machen. Ja, wir stehen jetzt hier rum und warten, bis die Leute auf uns zukommen. Meinst du, dass das passiert? Ja, ich denke schon. Wir testen es einfach mal aus, oder? Hallo. Hallo. Du willst reden? Komm her. Erzähl uns, warum du hier bist. Warum bin ich hier? Ich bin hier, weil es richtig, richtig geil ist hier. Das ist, glaube ich, das beste Festival auf der Welt. Und Glitzer. Na klar, Glitzer muss sein. Es meldet man natürlich. Ron Burgundy. Bester Typ. Bester Typ. Ich habe auch einen Flachmann. Ich habe keinen Flachmann. Ich habe keinen Flachmann, wo ein Zitat von Ron Burgundy draufsteht. Well, that escalated quickly. Nee, äh, I love Scotch. Scotchy Scotchy Scotch. There it goes down, down into my belly. Well, festival is holiday. Das war schon mal der vierte, fünfte, sechste. Ich weiß es nicht. Es funktioniert auf jeden Fall. Okay. Also wir freuen uns total auf David Bowie morgen auf der Mainstage. David Bowie? David Bowie wird da sein. Es weiß momentan noch niemand. Insider. Ja. Ich finde eure Kamerafrau sehr sexy. Ja, das tun wir alle. Hi. Hello. Hello. We are from Amsterdam. We are from Amsterdam. We are from Amsterdam. Amsterdam. Das hatte viel Schönes. Brilliant. Irish. Irish. Ich kann nur sagen, Mel Festival ist toll. Es ist super hier. Möchtest du etwas sagen? Nein. Schade. Er tanzt lieber. Er wollte was sagen. Alles gut? Alles gut. Sag etwas. Sag etwas. Ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche nicht Deutsch. Darum habe ich mit dir in Englisch gesprochen. Sorry, sorry. Wir sind aus Dublin für das Wochenende. Wir lieben es einfach. Die Kräne sind sehr cool. Es gibt gute Musik, gute Leute. Letzte Chance. Einer geht noch. Oh, hallo. Wollt ihr nicht was sagen? Viele, die gerade vorbeigelaufen sind, haben mit runtergeklappter Kinnlade auf deinen Schädel geguckt. Mit diesem Kopfschmuck bekommt man viel Aufmerksamkeit, aber die Leute denken dann darüber nach. Und ich glaube, sie verstehen die Botschaft. Ich denke auch. Ey, sag mal. Läuft jetzt schon Mokwai? Ich krieg ne Macke. Ey. Ey. Es läuft Mokwai. Ab. Komm. Wir gucken uns jetzt Mokwai an. Was machen wir? Wir machen das. Also machen wir Feierabend, ja?